So, auf den Bums hier musste ich ganz schön lange warten. Jetzt habe ich das Ding endlich bekommen. Es ist der 18 Jahre alte Brook Lady und wir schauen uns mal gleich genauer an, ob das halt schmeckt und wie viel er überhaupt kostet. Denn das ist nicht so günstig, würde ich sagen. Also, nach dem Intro geht's los, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder bei Brook Lady unterwegs. Ich habe für euch den nagelneuen Brook Lady 18. Was lange wird, wird endlich gut. Ich musste echt lange darauf warten. Jetzt habe ich die Budel endlich. Und es ist ja so eine Flasche. Da haben wir ja, oder da ging ja richtig erstmal der Hype ab. Jeder wollte so eine Budel haben. Aber jetzt wissen halt alle, oder langsam sollte man wissen, die geht ja quasi ins Kernsortiment über. Heißt also, wird regelmäßig verfügbar sein. So, jetzt denken sich viele, was ist das denn hier? Das sieht ja erstmal aus wie so eine, kennt ihr diese Kühltaschen für Bierdosen? So, finde ich, sieht das aus. Das ist aber vom Material her wie ein Eierkarton. Und das machst du quasi hier auf. Und dann kannst du das öffnen. Dann kannst du die Budel da rausholen. Ich finde, ja, hier für Save the Planet und so richtig cool. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist auch ein sehr wabbeliges Ding. Und ich glaube, dass wenn du das ein paar Mal aufgemacht hast, dann nutzt dir das nichts. Dann kann man das Ding auch einfach direkt weglassen. Also entweder machen wir was Vernünftiges, meiner Meinung nach, denn wir haben hier ein hochpreisiges Produkt, oder wir lassen es. Das ist meine Meinung. Aber das muss halt jeder selber wissen. Ihr seht schon, also es ist jetzt schon wieder schwieriger, das zusammenzukriegen. Aber egal. Wichtig ist immer der Inhalt. Schmeckt das Zeug da drin? Und das versuchen wir jetzt rauszufinden. Aber erst mal müssen wir hier wieder den Deckel abkriegen. Preislich liegen wir tatsächlich auch wieder in einer extrem krassen Range. Dabei ist die Budel ja relativ neu auf dem Markt. Wir liegen zwischen, ich glaube, das günstigste Angebot, was ich gefunden habe, war 165 Euro. Hier, das ist sogar mit Glaskorken, wie bei Waterford. 165 Euro. Und das teuerste, was ich gefunden habe, war, glaube ich, 229. Aber so, das war halt jetzt wirklich so die Ausnahme. Aber so um die 200 muss man da damit rechnen. Der Mittelpreis ist irgendwo bei, ich sag mal, 175 Euro, 180 Euro um den Dreh. So, ist schon ein Trumm an Buddel. Ich zeige es euch nochmal hier komplett, wie die Buddel aussieht, damit ihr es auch mal sehen könnt. Abgefüllt mit 50 Prozent. Und wir haben quasi Ex-Bourbonfässer, wir haben Portfässer und wir haben Sauternfässer. Und ihr wisst ja alle, so Tern ist immer schwierig. Ob das jetzt hier auch für das Ding zählt, das werden wir gleich rausfinden. Ich finde auf jeden Fall, ist das schon mal eine Ansage? 180 Flocken oder 175 Flocken oder so. Ist schon viel Geld. Muss man einfach so sagen. Ich habe eigentlich gedacht, wenn der rauskommt, liegt der irgendwo bei 120 vielleicht oder 100 Euro. Aber, ja, ihr kennt das ja. Naja, über Preise wollen wir uns auch unterhalten. Und man kann den Preis nicht einfach ausblenden und sagen, alles geil und Preis ist weg. Wir müssen uns über Preise unterhalten. Aber ich finde, man muss auch einfach erstmal probieren können. So, ich würde sagen, ich halte erstmal das nächste hier rein und gucke mal, was ich hier so ein Glas finde und dann schauen wir mal weiter. Also los geht's, Kinder. Also riechen tut der für mich total nach Zitronenplätzchen. Also vor meinem inneren Auge habe ich so, so wirklich so normalen Butterkeks, oder diese normalen Plätzchen, die du an Weihnachten machst, diese normalen Butterplätzchen, die da mit Ausstechförmchen. Und da ist jetzt so eine Schicht, so wie bei diesem Zitronenkuchen. Diesen Zitronenkuchen kennt ihr alle. Schön weich, fluffig, oben drauf eine Glasur. So, auf diesen Keksen ist halt diese Glasur mit Zitrone halt drauf. Und ich finde, danach riecht es total. Aber ich habe die Kekse noch nicht gebacken. Ich habe mir wirklich so die Zitronendings da drüber gemacht und irgendwie was ausgestochen. Sehr zitronig, muss man wirklich sagen. Also wirklich frisch ausgepresste Zitrone. Mit einem sehr intensiven, butterigen Keksteig. Aber der hat auch so was Getreidiges, Muffiges noch hinten raus. Da denke ich mich jetzt gerade an, ich war zuletzt im Frühjahr bei so einer Mühle, wo halt wirklich noch richtig auf so einer alten Mühle Mehl gemahlen wird. Und wenn die da den Roggen und so was malen, für Roggenmehl oder generell für ihr Mehl, finde ich, riecht das auch mal so ähnlich. So ein ganz, so ein ganz leicht muffigen Getreidecharakter. Bisschen Vanille, aber wirklich frische Vanille, frisch aufgeschnittene Vanilleschote. Riecht jetzt erst mal im ersten Mal echt gut. Macht auch in der Nase einen sehr cremigen Eindruck. Also einen ganz leichten Einfluss hat er noch von so einem Ich habe überlegt gerade, ob es wirklich ein Glühwein ist, aber es hat schon so was zimtig Weiniges hat er so in der Nase. Also ich sage mal, von der Nase her gehört er eigentlich eher so Richtung Weihnachten. Also der bietet halt so einen Weihnachtsmarkt rund Umschlag irgendwie an. Ich habe Plätzchen, ich habe ein bisschen Glühwein, ich habe ein bisschen Zimt, ich habe muffiges Getreide. Finde den aber auch jetzt nicht in der Nase prickelig oder so. Also bisher finde ich den von der Nase gefällt mir richtig gut. Aber mal gucken, wie der schmeckt. Also Kinder, wir trinken mal auf euch, das Lunge. Schmeckt ein bisschen so wie so eine herbe Zitronenlimo. Kennt ihr diese Zitronenlimos, die auch so ein bisschen naturtrüb noch sind, die relativ trüb sind. Also wirklich so ein naturtrüber Zitronenlimo mit schön frischer Zitronensaft drin. Und da dippe ich jetzt gerade meine Kekse rein. Schon lecker, ey. Hinten raus kriegt ihr so einen ganz leichten Holz-Schoko-Moment. Das ist so, ich habe so so ein bisschen so angeröstetes Holz, was so ein bisschen mit Milchschokolade oder fast schon Zartbitter-Schokolade überzogen ist. In der Nase wird der Zitrusaroma einfach immer intensiver. Mal schon probieren. Boah, also man muss wirklich sagen, der bietet auch ganz schön viel an. Ich finde, der macht wirklich dieses also ich überlege jetzt, ob ich irgendwie Port-Einfluss habe. vielleicht mit dem Schoko-Moment, aber das habe ich bei Soternat auch, aber vielleicht so mit dem Schoko-Moment, vielleicht so diese, vielleicht was leicht Nussiges noch mit dabei, aber für mich ist wirklich hauptsächlich frisch gepresster Zitronensaft als Limonade Naturtrüp, dass du wirklich auch so eine ganz leichte Herbenote mit dabei hast. Es ist sehr süß, es hat einen leicht keksigen Charakter mit dabei, als wenn du wirklich in der Schokolade noch die Kekse mit rein dippen würdest und dann hast du halt hinten raus diese schöne angenehme Holznote mit diesem leichten Milchschokoladen, Zartbitterschokoladen-Moment, der sich einfach dann auch so im Mundraum ausbreitet, dass der auch einfach den ganzen Abgang da bleibt. Er hat noch so was leicht Spritziges, was so hinten raus noch vorbeikommt, so vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Bitter-Lämmen-Moment oder sowas in die Richtung, aber insgesamt finde ich, schmeckt der schon sehr lecker und ich finde, das ist ein ziemlich komplexer Whisky, also, da haben die schon was Gutes gemacht, da bin ich positiv überrascht, aber nur würde ich sagen, das gefällt mir, da kann man vielleicht die Kohle auch für ausgeben, gut, bis auf den Eierkarton, der ist irgendwie blöd, weil ihr sieht auch, das Lustige ist halt, da stehen ja auch Sachen drauf, aber das kannst du einfach nicht so gut lesen, weil es einfach blaue Schrift auf blauem Untergrund ist, es ist zwar reingestanzt, es ist haptisch, man kann es anfassen, aber es ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube, muss ich noch einen Schluck nehmen, also ich glaube, so den Lally-Fans wird sicherlich gefallen, ich bin hier irgendwo bei vier Daumen hoch, ich hätte cooler gefunden, wenn der ein bisschen günstiger gewesen wäre, so 120 Euro, 100 Euro, wäre richtig geil gewesen, ich glaube, da würden die das Ding aus den Händen reißen, aber man sieht natürlich auch, auch für 175 oder für 180, für 200 Euro wird das Ding gekauft wie geschnitten Brot, denn kaum kommt das irgendwo an, ist das auch erstmal direkt wieder weg, mittlerweile hat sich das ein bisschen eingegroovt, jetzt kriegt man das mittlerweile überall und der erste Hype ist vorbei und deswegen kann man jetzt aktuell auch einfach mal sowas wieder probieren, aber ich bin der Meinung, kann man machen, wenn ihr Lally-Fans seid und ihr Bock drauf habt, da macht ihr da sicherlich nichts mit falsch, das schmeckt auf jeden Fall gut und wenn ihr keine Lally-Fans seid, probiert es einfach aus, aber bevor ich mir da eine ganze Buddel hole, bin ich ja auch immer der Sample-Freund, also von daher, gut, nicht im Video, aber zum Probieren auf jeden Fall und wenn ihr Bock habt, ich teile das Ding natürlich auch, landet auch in der Flaschenteilung, findet unten drunter die Links und ich würde mich gerne über euer, oder würde mich sehr über euer Feedback freuen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ding schon probiert habt, wie der euch so geschmeckt hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, wenn ich hier Whisky für euch verkoste, bis dahin, euer Friendly Mr. Z.